Mio möchte heute mit dem Fahrrad seine Freundin Wilma besuchen. Auf seinem Weg zu Wilma muss Mio an die Vorfahrtsregel rechts vor links denken. Doch was bedeutet das überhaupt und wann gilt diese Regel? Mio ist an einer Kreuzung angekommen. Von rechts kommt ein Auto. Wer darf nun als erstes fahren? Wenn es keine Ampel gibt, darf der Verkehrsteilnehmende zuerst fahren, der von rechts kommt. Man sagt auch, er hat Vorfahrt. Da der, der von rechts kommt, vor dem von links kommenden fahren darf, heißt die Regel rechts vor links. Das Auto darf also als erstes fahren. Nun kommt kein Auto mehr, Mio kann also weiterfahren. Doch es gibt auch Situationen, in denen die rechts vor links Regel nicht gilt. Zum Beispiel an dieser Kreuzung. Kannst du etwas sehen, das anzeigt, ob du fahren darfst oder nicht? Die Ampel. Ist die Ampel rot, musst du anhalten. Ist die Ampel grün, kannst du fahren. Die Regel rechts vor links gilt also nicht, wenn der Verkehr durch andere Verkehrsregeln geregelt ist. Zum Beispiel gibt es Verkehrszeichen, die zeigen, wer zuerst fahren darf bzw. wer Vorfahrt hat. Kennst du einige Verkehrszeichen, die dir anzeigen, ob du Vorfahrt hast oder nicht? Das Vorfahrtszeichen zeigt dir an, dass du Vorfahrt hast und fahren darfst. Pass aber trotzdem immer auf, ob auch kein Fahrzeug kommt. Das Stoppzeichen und dieses Zeichen, Vorfahrt gewähren, zeigen dir, dass du aufpassen musst und nicht direkt fahren darfst. Beim Stoppzeichen musst du sogar zunächst anhalten. Oh, die Ampel ist ja grün und Mio kann weiterfahren. Da ist ja schon die nächste Kreuzung. In der Mitte steht eine Polizistin, die den Verkehr regelt. Wenn der Verkehr durch eine Polizistin oder einen Polizisten geregelt wird, gilt die Rechts-vor-Links-Regel auch nicht, sondern immer das, was die Polizistin zeigt. Die Polizistin zeigt Mio, dass er fahren darf und zeigt allen anderen Verkehrsteilnehmenden, dass sie anhalten müssen. Weiter geht's also. Mio biegt nun in einen kleinen Waldweg ein. Weißt du, wer Vorfahrt hat, wenn Mio aus einem kleinen Feld- oder Waldweg herauskommt? Wenn du aus so einem Weg herauskommst, musst du immer warten, bis die Straßen frei sind und keine anderen Verkehrsteilnehmenden mehr kommen. Jetzt kann Mio also fahren. Kannst du ihm nun an den nächsten Kreuzungen helfen, zu entscheiden, wann er fahren kann? Wie sieht es bei dieser Kreuzung aus? Dieses Auto kommt von links. Mio darf also als erstes fahren. Und wer darf hier fahren? Hier steht ja an jeder Seite jemand. Wenn von jeder Seite jemand kommt, so müssen die Verkehrsteilnehmenden sich mit Handzeichen absprechen, wen sie fahren lassen. Und wie muss Mio sich hier verhalten? Mio muss warten. Die Ampel ist rot. Mio darf fahren, wenn die Ampel grün geworden ist. Während Mio weiterfährt, schauen wir uns noch einmal an, was wir gelernt haben. Die Regel rechts vor links besagt, dass der Verkehrsteilnehmende, der von rechts kommt, als erstes fahren darf. Dies gilt aber nicht, wenn der Verkehr durch andere Regeln geregelt ist oder wenn jemand aus einem Feld- oder Waldweg herauskommt. Auch wenn du Vorfahrt hast, solltest du aber trotzdem immer langsam an die Kreuzung heranfahren und auf die anderen Verkehrsteilnehmenden achten. Na, da muss Mio wohl noch ein bisschen warten. Höfst! Höfst! Vielen Dank.